Hallo, hallo, hallo und willkommen zu Nima Hair & Aesthetics. Hier habe ich euch die Türen abgefilmt, weil die ein ganz kleines bisschen versteckt sind. Aber wenn ihr sie mal gefunden habt, dann kommt ihr in diesen wunderschönen Raum her. Also es ist richtig gemütlich eingerichtet. Genau, auf jeden Fall wollte ich euch nochmal ganz kurz abfilmen, was sie alles anbieten. Also ziemlich viel, außer Maniküren, aber that's totally fine, weil wir es später an dem Abend gemacht haben. Und wir sind tatsächlich dahin gegangen fürs Eyebrow Waxing und nur empfehlenswert. Und sie haben tatsächlich auch einen Hund, was ultra cute ist. So, und by the way, Girls, Augenbrauen Waxing ist der Shit also viel sanfter. Und man sieht das Ergebnis viel, viel länger. Also es hält viel länger, so I would recommend that. Genau, das ist dieses Social Media-Akid, die haben sie auch. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Denn am Abend haben wir noch zusammen gekocht und getrunken. Und dann halt eben die Maniküre zu Hause gemacht und ein bisschen gezeugt. I mean, like, it was the perfect day mit einem gesunden Frühstück. Genau, das war's. Bye!